Hallo, ich bin Alisa und wir von Esperanto Worldwide sind nominiert für den Global Goals Wirkungsfall 2019. Wir brauchen eure Unterstützung, damit wir noch mehr Jugendliche über Tanz und Musik weltweit aus sozialen Randpunkten unterstützen können. Ihr könnt hier für uns unter folgenden Link voten. Vielen, vielen Dank für eure Unterstützung. Please click here to support us and help us to empower as many young people around the world as possible. Thank you. Hier können wir für uns, um zu potenzieren, um noch mehr Jugendliche in den ganzen Welt zu unterstützen. Vielen Dank. Salut a tous. Vote für uns bei uns hier. Merci beaucoup.